Warum will Allah, dass etwas geschieht, was er nicht liebt? Weil dies zu einem höheren Gut, zu etwas Besserem führt. Zum Beispiel, dadurch, dass es den Schaitan gibt, treten Leute auf, die gegen den Schaitan kämpfen. Die gegen den Schaitan arbeiten. Allah liebt nicht die Unzucht, Spielsucht. Okay, wollte er, dass das bei dieser Person dort und dort passiert? Ja, sonst wäre es nicht passiert. Warum hat er es zugelassen? Weil dadurch, dass diese Person dieses und jenes Verbrechen macht, wird es Leute geben, die zu Allah subhanahu wa ta'ala rufen und versuchen, diese Person aufzurufen. Was seht ihr hieran? Hieran seht ihr, wie beliebt die Da'wa bei Allah ist. Die Da'wa ist die Aufgabe aller Propheten gewesen. Die Da'wa ist die Aufgabe aller Propheten gewesen.